Willkommen zu YTV in Steinau. Wir sind hier auf dem Sportgelände des FV Steinau. Wir feiern heute ein 90-jähriges Jubiläum und wir haben ein kleines Partyzelt aufgestellt und da werden wir heute Abend spielen. Und ja, es ist alles recht familiär hier, würde ich sagen. Ich denke, das wird ein gemütlicher Abend. Und ja, wir gehen jetzt erstmal was essen. Ja, da sind wir schon mit Linda. Linda, was war eigentlich gestern? Ich war ein bisschen krank. Ah ja, und heute geht's wieder? Naja, es geht so. Aber weißt du was? Ich hatte ein richtig schlechtes Gewissen, weil ich nicht da war gestern. Oh nein. Ohne Müste. Ja, aber zuerst müssen wir uns stärken. Was machst du denn? Ich esse Pommes. Pommes? Nur Pommes? Ja. Alles klar. Ja, ich nehme wahrscheinlich... Und Rheiner nimmt ein Steak mit. Steak mit Pommes. Wenn die die Zuteilung haben... Ja, das nehme ich auch. Steak mit Pommes, das klingt gut. Und das trinkt uns sicher richtig ab. Thomas, was hinkst du denn? Hier wird gefeiert. Kannst du mal draufschwinken. Also ich glaube, das wird ganz lustig heute Abend, wenn die Leute hier schon um diese Zeit so f*** sind. Ja, echt Party heute Abend. Ja, aber die bleiben dann. Das sind die alten Herren. Die müssen dann zurück... All die Herren darfst du ab 35 spielen. Ich darf nicht mal mitspielen. Peter, du bist nicht. Ne, ich darf noch nicht. Das Frigadillenbrötchen hast du mir mitgebracht. Das ist ja roh. Ah, Mist. Das ist ja ... ... kurz vor dem Start. Konzert? Kasten. Kasten! 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 Ah, es ist keine Chance gegen das Kasten. Ich glaube, die Zuschauer kotzen gleich. Also, was sagst du zu dem Zett? Ganz schön. Ganz schön groß heute hier. Die schlimmste Klasse, ich bin ganz froh, dass meine Kassen fertig sind. Es geht gleich los, das kann sich nur noch um Sekunden haben, dann gibt es hier die Riesenfeier in Steiner für die 90 Jahre F.Bau Steiner 1990 e.V. Ja, das hat mir das jetzt gerade gelesen und morgen geflogen. Und wir zwei mit der Umnahme beim Spießbraten warten hier dabei und warten wir Spießbraten. Boah, los geht's! 24 Jahre F.Bau Steiner Florian von der Böse W Frederik und Josef In einer kundel-in-a-fi-tein-a-fi-e-an-i-t-a-fi-e-an-i-an-i-an-i-an-i-an-i-an-i-an-i-an-i-an-i-an-i-an-i-an-i-an-i-an-i-an-i-an-i-an-i-an-i-an-i-an-i-an-i-an Musik Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Du hast nie gelernt, es zu artikulieren. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018